Ja, wie kannst du als SAK-Betrieb eigentlich heute noch Mitarbeiter gewinnen? Darum soll es in diesem Video gehen. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich bin Alex, du kennst mich ja schon, du kennst auch den Marvin. Hi. Und wir wollen heute einfach mal aus unserer Erfahrung erzählen von SAK-Betrieben, die sehr erfolgreich sind in der Mitarbeitergewinnung mit uns. Auch bei SAK-Betrieben, wo wir merken, ist es zunehmend immer schwieriger und was die einfach unterscheidet und wie du jetzt selber deinen Betrieb aufstellen kannst, um trotz dieses Gewerks, weil das Gewerk ist ja doch jetzt kein besonders angenehmes Gewerk, wo man immer die tollsten Sachen macht, trotz dieses Gewerks trotzdem noch weiterhin Leute zu finden und für Leute attraktiv zu sein. Das kannst du natürlich auch für andere Gewerke dann übertragen. Ja, Marvin, ich würde sagen, wir fangen mal ganz simpel an. Warum ist eigentlich SAK nicht so interessant für viele Leute? Ich meine, das müssen wir dir jetzt wahrscheinlich nicht erzählen, aber es ist trotzdem für nochmal einen guten Einstieg oder einfach nochmal eine Basis zu haben. Also ich kann nur eine Geschichte erzählen, die unser Vermieter uns hier erzählt hat, als sie das Gebäude gebaut haben. Oder nicht das Gebäude, sondern ein anderes Gebäude irgendwo gebaut haben. Dann war es wohl so, da sollte irgendwo ein Rohr nochmal gewartet werden und da haben die das halt aufgemacht, das Rohr. Und das war halt so ein Abwasserrohr. Die haben extra oben überall Zettel hingemacht, bitte nicht die Toilette benutzen. Und der Azubi stand halt da, hat ein Rohrgrad irgendwas geantwerkt und oben hat er eine Toilette benutzt und hat gespült. Und der Azubi hat die ganze Ladung voll abbekommen. Das klingt jetzt erstmal lustig, aber der hat danach hingeschmissen. Er hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf, das Gewerk ist mir zu behindert, das will ich nicht machen. Solche Fälle, da kannst du schwer was gegen machen. Aber was man machen kann, ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass das Gewerk an sich wieder besser wahrgenommen wird. Weil es ist ja nicht nur die Sachen, die gemacht werden, sondern auch wie sie gemacht werden, letzten Endes. Nur mal ein Beispiel, wir haben jetzt eine neue Kollegin hier und die kommt auch aus dem Handwerksbetrieb. Und wir haben einfach mal gezeigt, wie ein digitales Büro funktioniert. Dort wurde alles noch händisch gemacht. Da wurden die Sachen händisch abgelegt, händisch verwaltet. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Sie meinten, wow, krass, so einfach kann das gehen, so einfach ist das möglich. Da geht es gar nicht darum, was gemacht wird, sondern wie es wirklich gemacht wird. Wenn man da wirklich mal rangeht, zu überlegen, wie kann man für die Mitarbeiter den Job möglichst vereinfachen, den Job möglichst interessant machen, es möglichst schön machen, bei dem Unternehmen zu arbeiten. Das war mein erster Schritt. Das sieht man natürlich von außen noch nicht. Aber das sorgt schon mal dafür, dass die Leute, zumindest die bei dir sind, auch länger bleiben. Das ist schon auch mal nicht ganz unwichtig, weil ich will ja nicht nur Leute ganz viele gewinnen, sondern ich will ja auch die Leute erhalten, möglichst. Also einfach mal Gedanken machen, wie kann ich meinen Betrieb vielleicht auch digital aufstellen? Wie kann ich die Arbeit vereinfachen? Wie kann ich digitale Bausteinmappen zum Beispiel schaffen? Was sind die Dinge, die meine Leute vielleicht abfacken? Gerade wobei, oftmals sind die gar nicht so direkt abgefackt davon, weil sie gar nicht wissen, dass das anders möglich ist. Ja. Ja, und dann natürlich auch Dinge, die bei deinen Mitbewerbern nicht so gut laufen oder nicht so rund laufen, dir anschauen, zu schauen, okay, machen wir das hier bei uns anders? Und wenn ja, dann das natürlich auch nach außen kommunizieren. Das ist unserer Meinung nach einer der größten Schlüssel, ist eben, Dinge zu finden, die Mitarbeiter in anderen Firmen nicht mögen, weil es dort anders gemacht wird, weil die Konstellation da anders ist und so weiter. Und diese Sachen rauszufinden, was läuft in diesen Betrieben anders? Und wenn das bei dir eh schon anders gemacht wird oder du die Möglichkeit hast, das besser oder anders zu machen, das dann auch zu promoten, ja, also das auch wirklich nach außen zu tragen und auch in der Region da bekannt dafür zu werden, dass das bei dir anders ist, ja, weil Leute, die Leute, also die Fachkräfte, die du haben willst in deinem Betrieb, also die warten ja nicht auf dich, sondern die arbeiten ja irgendwo anders. Und genau diese Leute willst du ja in deinem Betrieb haben. Und wie du die bekommst, ist halt nicht, indem man jetzt irgendwie eine Zeitungswerbung macht und sagt, hier, komm zu uns oder indem man irgendwie auf seinen Montagewagen einen Sticker macht und sagt, wir suchen, sondern indem du eben die Probleme, die die Leute haben, indem du diese ansprichst und sagst, bei uns läuft es aber anders, komm doch zu uns, jetzt mal ganz stumpf gesagt, ne? Aber so läuft es am Ende. Rausfinden, was nervt die? Kann ich das besser machen oder machen wir das schon anders? Dann zu kommunizieren, dass du das anders machst, ja, also über die digitalen Medien, da, wo die Leute heutzutage sind, über Social Media, ja, über die ganzen Sachen wie Instagram, Facebook, Google, TikTok und Co. Und das dann nach draußen zu kommunizieren und zu sagen, komm doch zu uns. Ja, bei uns läuft es besser, bei uns läuft es anders. So funktioniert es heutzutage, Fachkräfte noch wirklich zu gewinnen. Und es geht aber auch einfach zu machen, sich dann zu melden, ne? Also es kann ja nicht sein, dass die Leute auf eine Website kommen und da erstmal sich irgendwie ein Formular ausdrucken müssen, was sie händisch ausführen müssen. Nee. Dann zurückschicken. Also das muss möglichst schnell sein, das muss möglichst schnell gehen, maximal eine Minute, möglichst wenig Daten, die Daten maximal, die du brauchst. Die Zeiten sind vorbei, wo du, ja, die Zeiten sind vorbei, wo du sagst, ich schicke die Leute jetzt auf eine Webseite oder ich schreibe da hin, bewirb dich bitte unter bewerbung.shk-müller.de. Die Zeiten sind vorbei, du musst es den Leuten einfach machen. Du musst die Leute idealerweise schnell abholen, schnell mit ihnen in Kontakt treten, idealerweise einfach nur die Kontaktdaten digital austauschen, wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Name und so weiter. Und dann erstmal sozusagen den ersten digitalen Handshake machen. Und dann kannst du die Leute ja kontaktieren und sagen, ey, du hattest ja Interesse an der Stelle. Kannst du uns dazu nochmal einen Lebenslauf zukommen lassen oder erstmal auch abklopfen, ist diese Person überhaupt geeignet? Und dann nochmal einen Lebenslauf zuschicken lassen. Aber schau, die Leute, die sitzen vielleicht in der Bahn, die sind gerade im Bus, die sind zu Hause auf dem Sofa, wenn die deine Sachen online sehen, da hast du nicht einen Lebenslauf oder ein Bewerbungsanschreiben parat. Jetzt sagst du, naja, klar, wenn es den Leuten zu aufwendig ist, überhaupt ein Bewerbungsschreiben zu machen oder einen Lebenslauf hochzuladen, dann will ich die eh gar nicht haben. Ja, aber du bist derjenige, der die Leute braucht. Ja, man muss auf eine Art und Weise sagen, also es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt mega unzuverlässig werden, nur weil sie das nicht machen. Nein. Das Ding ist halt, jetzt stell dir mal vor, die haben zwei Möglichkeiten. Die haben Firma 1, Firma 2, die die sehen. Die sehen Firma 1, die sagt, ja, schick mal euer Lebenslauf zu. Die sehen Firma 2, die sagt, ja, hier, unverbindlich mal schnell Formular ausfüllen. Dann ist logisch, wo die sich melden werden. Die wissen dann nicht mal, welche Firma besser ist. Nee, klar. Da ist die Einstiegshöde geringer. Natürlich gehe ich dann zuerst da ein, wo die Höde geringer ist. Das ist halt die low-hanging food. Erstmal den Weg des geringsten Widerstands, weil Menschen sind generell von Natur aus erstmal träge und faul. Das kann man denen auch nicht übel nehmen, weil das würde wahrscheinlich jeder so machen. Genau. Und das ist einfach der Punkt. Da musst du halt bereit sein, einfach auch verglichen mit früheren Abstriche zu machen irgendwo. So ist es einfach. Und was halt auch ganz wichtig ist, das sind natürlich alles jetzt Maßnahmen, die sorgen dafür, dass Leute zu dir kommen, wenn du es richtig machst. Aber das gesamte Gewerk wird sich erst dann wirklich ändern, wird erst dann wirklich wieder interessant für Leute sein, wenn halt dieses ganze Thema Digitalisierung, dieses Thema effektives Arbeiten, dieses Thema, man hat halt so viele technische Möglichkeiten, die auch wirklich zu nutzen in der Arbeit. Wenn das wirklich wieder in den Vordergrund drückt und wenn man auch in der Lage ist, die Gehälter zu bezahlen, die die Leute faktisch gerade abrufen können. Weil wenn man jetzt überlegt, so ein SHK da, der gut ist, ein Meister, der verdient mal schnell 4.500 Euro im Monat. Das ist nicht ungewöhnlich. Und ein Lehrling mal schnell 3.500 bis 4.000 mittlerweile sogar. Je nachdem, wo er halt angestellt ist. Und das wird sich auch weiterhin nach oben ändern, solange sich da nichts ändert, was die Anzahl an Leuten angeht. Und dir muss einfach klar sein, du musst sehr viel Geld da auch reinstecken, dass du Leute findest und bindest. Aber du kannst entsprechend auch die Preise anpassen. Und was auch klar ist, es reicht halt nicht nur einmal sichtbar zu sein. Es reicht halt nicht nur einmal, jetzt eine Werbung zu machen, nur einmal eine Zeitung zu machen, nur einmal ein Plakat zu machen, was du gerade suchst. Du musst dauerhaft als Arbeitgeber indirekt und wahrgenommen werden. Du musst dauerhaft sichtbar sein. So ist es einfach letzten Endes. Da kommt man nicht drum rum. Ich kann auch erklären, warum das so ist. Weil du musst dir vorstellen, es gibt ja immer Leute, die sind mit ihrer Arbeit zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt unzufrieden. Und jetzt ist es so, stell dir vor, du machst mal eine Aktion in der Zeitung oder mal eine Aktion irgendwo an Plakaten oder wie auch immer. Und jetzt gibt es sozusagen von 100 Leuten, gibt es jetzt zum Beispiel fünf, die zu diesem einen Zeitpunkt jetzt gerade dafür in Frage kommen. Die sitzen aber gerade im Auto und schauen gerade auf ihr Handy und sind auf TikTok und Instagram und schauen nicht auf dein Plakat. Das heißt, die hast du auch verloren. Und dementsprechend wollen wir aber von diesen 100 Leuten, die potenziell in Frage kommen, die zum Beispiel in einem Zeitraum von einem Jahr oder einem halben Jahr zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben, also innerhalb dieses Zeitraumes, unzufrieden sind. Die wollen wir natürlich alle irgendwie bekommen und von denen die Bewerbungen bekommen. Und wenn wir jetzt nur eine Aktion einmal ganz gezielt machen, an einem bestimmten Stichtag oder einer Woche oder so, dann erreichen wir natürlich nur die, die in diesem Zeitraum auch das Problem haben oder diese Unzufriedenheit oder diese Wechselwilligkeit überhaupt haben oder das für sie überhaupt mental in Frage kommt. Aber wir wollen ja über also über den ganzen Zeitraum, das ist wie so ein großes Fischernetz, was wir die ganze Zeit sozusagen ins Meer hängen. Irgendwann. Genau, und irgendwann schwimmen uns die Fische ins Netz. Und es geht auch, also es muss nicht mal sein, dass das zuversieht. Es kann sein, er hat es davor schon gesehen, als er noch zufrieden war. Er hat gesagt, ja gut, die suchen ja Leute, okay, die sind gut aufgeschossen, aber ich bin ja eigentlich zufrieden. Jetzt kommt der Moment, wo er unzufrieden ist. Jetzt kommt der Moment, wo der Chef ihn anschnauzt in angemessener Weise. Jetzt kommt der Moment, wo irgendwas überhaupt nicht mehr passt. Der hatte ich im Kopf, der hatte ich die ganze Zeit davor schon gesehen. Und darum geht es einfach, mental verfügbar zu sein, mentales Land bei den Leuten zu kaufen. Und das natürlich, muss man auch sagen, wenn man das über Zeitungen die ganze Zeit macht, sehr, sehr teuer. Also da zahlst du immer schnell, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro im Monat, wenn du da jede Woche in der Zeitung sichtbar sein willst. Jede Woche in der Zeitung ist immer noch nicht omnipräsent. Das ist mit Online-Werbung tatsächlich deutlich einfacher. Da kann man die 500 Euro verteilen über den Monat. Da ist es deutlich entspannter. Da kann man trotzdem viele 10.000 Mal sichtbar sein für die relevanten Leute, weil die Algorithmen natürlich wissen, wer ist relevant, wer nicht. Du zahlst also nur für die 5%, die im SAK-Bereich arbeiten. Schon mal. Das sind natürlich viele Vorteile, die die Online einfach hat an der Stelle. Klar. Wo du viel kostendünstiger den gleichen Effekt bekommst. Aber jetzt unabhängig davon, was du für eine Maßnahme machst, du musst sie dauerhaft machen. Es reicht nicht, nur einmal sichtbar zu sein. Ja, du kannst Glück haben und jemanden einstellen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden einstellst, wenn du es langfristig machst, nahezu 100%. Wenn du nicht irgendwelche anderen großen Fehler machst, da muss man auch noch eine Sache sagen, die wichtig ist, das wir bei vielen Partnern sehen. Viele unterschätzen auch komplett, was zum Beispiel Online-Bewertungen für den Effekt haben. Das war auch ein Part, den wir komplett hatten bei dem Vortrag in Garmisch-Partenkirchen. Da ging es komplett eine Stunde, würde ich sagen, einen kompletten Part, da ging es halt nur um das Thema Bewertungen, wie man positive Bewertungen bekommt. Weil du musst dir auch vorstellen, wenn du mit 4,2 oder so bewertet bist auf Google, denkst du erst mal, ja, ist ja gar nicht so schlecht, ich habe doch Kollegen, die sind mit 3,8 bewertet, ja. Aber du konkurrierst nicht mit denen, die mit 3,8 bewertet sind, die haben eh keine Chance, die finden keine Leute. Das sage ich dir jetzt schon. Weil die googeln die Leute, sehen, oh, warte mal, das ist unter 4,0. Unter 4,0, da gibt es Tests von Amazon, die haben diese ganzen Bewertungen eingeführt, die wissen, wie das ist. Unter 4,0, das ist ein Unternehmen, das scheint schön bluder zu betreiben. Da habe ich nur Stress mit den Kunden, das will ich nicht. Die sind gar nicht im Scope. Wenn du dich messen musst, sind die Unternehmen, die mit 4,8, 4,9 bewertetet sind. Und logisch, wenn ich genau das gleiche Unternehmen habe, jetzt für mich gefühlt, von außen, die haben alle ungefähr gleiche Mitarbeiteransage, gleiche Benefits. Das eine ist mit 4,2 bewertet, das andere mit 4,8. Ist logisch, wo ich hingehe, wenn alles andere gleich ist. Ja, die Mitarbeiter, die wollen ja auch sehen, dass du glückliche Kunden hast oder dass du auch gut mit deinen Kunden gehst. Die wollen keinen Stress haben. Genau, weil das merken wir auch ganz häufig als Feedback, dass auch auf unserer Webseite geschaut wird, was haben wir eigentlich als Unternehmen für Bewertungen und was haben wir eigentlich für Kundenrezensionen auch. Selbst die Bewerber, die sich bei uns bewerben, auf einen Bürojob, hier bei uns in der Agentur oder im Marketingteam, die schauen oder auch, also alle möglichen Jobs, die es hier bei uns gibt, die schauen natürlich auch, was sagen denn die Kunden, die bei der A&M dabei sind, was sagen die Partnerbetriebe über die A&M und sind die happy. Und dann sagen die, ja, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Fast jeder sagt im Gespräch, ich habe das auch angeschaut auf eure Kundenrezensionen und wir finden das echt gut, wir finden das echt toll, was ihr da macht. Das ist halt, also, das ist für die Leute wichtiger, als du denkst. Und viele denken ja, die wollen einfach nur einen Job machen, ich will einfach nur jemanden, der nur seinen Job machen will, aber die, die nicht mitdenken, das habe ich auf der anderen Seite. Also, vielleicht noch mal zusammengefasst, um das Ganze jetzt mal abzuschließen. Wenn du mal wirklich Interesse hast, dass du sagst, okay, wir nehmen mal dein Unternehmen unter die Lupe, schauen mal genau, wo stehst du gerade, was kannst du noch machen, was kannst du noch dazu machen, wo kannst du noch im SHK-Bereich, also speziell im SHK-Unternehmen, Biscount, wie die anderen Unternehmen machen, im Handwerksbereich, ist klar, wo kannst du noch ein bisschen was dazu bringen, dass deine Mitarbeiter einfach länger bleiben, du einfache Leute findest, dann melde dich gerne bei der Potenzialanalyse für uns an, dafür ist die da. Da schauen wir nämlich, wie das Potenzial ist bei dir in der Region, wie du schon aufgestellt bist, was für Potenzial du noch hast und das ist kostenfrei unverbindlich und da kannst du einfach mal gucken, was möglich ist. Und wenn wir dann das Gefühl haben, okay, das könnte auch für die Zusammenarbeit passen, dann kann man immer noch mal genau in die strategische Beratung reingehen, aber ich würde erst mal dir empfehlen, mach die Potenzialanalyse. Guck erst mal, was geht überhaupt und dann kann man immer noch weiterschauen. Ansonsten, wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonnier gerne den Kanal und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis dann. Ciao.